Das ist ja voll im Bilde. Und das hier ist Piedro, Piedro, genau, ja, genau. Und das ist das Beste kommt immer zum Schluss, ja? Genau, das machst du ja richtig gut. Ich lerne das jeder. Genau. Alles klar. Ja, wir sind hier im Belcanto, in den berühmtesten Restaurant von Berlin, ja, mit den schönsten Kellnern. Oh, toll sieht das aus. Ja, ja, toll. Toll, 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 toll. Genau, nee, du kriegst da nicht ab, ja. Ganz toll. Musik Das ist ja hier ganz, die ganze Stadt beschäftigt, ja? Das ist ja Wahnsinn. Toll. Und wie wissenhaft sie das machen, ja? Ja, ja, ja. Wir legen den Piazza, die Pasta. Die Pasta mit dem Cattuccino. Mhm. Toll. Das ist ja schon fast das halbe Rezept, ja. Aber wenn ich fertig, jetzt kommt die schöne Tartufino. Aha. Ja, 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 ja. Ok. Ein bisschen Puglio Tartufato, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Pfeffer. Jetzt haben wir ein bisschen Parmigiano, schönes Parmigiano fresco. Achtetion bitte, warte den Bellen. Danke schön. Oh mein, da sind es noch kalt. Danke schön. Danke schön. Ah, toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was are you doing? Was are you doing? Was are you doing? Was are you doing?